Jeder zweite von euch benutzt mit Sicherheit YouTube. Ich bin sozusagen mit YouTube groß geworden und ihr als Generation YouTube schaut mit Sicherheit 99% aller Videos übers Internet. Wir von DonauTV haben übrigens auch einen YouTube-Channel, auf dem ihr wahrscheinlich schon bald zu sehen sein werdet. Im Prinzip funktionieren YouTube und Fernsehen ziemlich ähnlich. Aber ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ich euch heute einfach mal mitnehme auf einen ganz normalen Arbeitstag bei DonauTV. Bei DonauTV gibt es Redakteure und Mediengestalter für Bild und Ton. Im Prinzip macht bei uns aber jeder alles. Alex und Manuel drehen heute in einer Bäckerei. Viele Szenen im Fernsehen sind natürlich inszeniert. Hier zum Beispiel tun die zwei so, als würden sie sich über etwas ganz Wichtiges unterhalten. In Wirklichkeit hört sich das aber so an. Also krass finde ich ja, dass es morgen übermorgen bis zu minus 15 Grad geben soll. Das wäre lustig. Oft hat man im Fernsehen eine gewisse Zeitvorgabe, wie lange der Beitrag werden soll. Und um ein bisschen Zeit zu schinden, kommt jetzt noch mal ein wenig Musik. Als Redakteur unterhält sich Manuel erstmal mit seinen Interviewpartnern. Das hilft den meisten, ein bisschen lockerer zu werden. Sie werben sich sozusagen für das Interview auf. Wir Kameraleute nutzen die Zeit dann meistens, um sogenannte Antextbilder wie genau diese hier zu machen. Manuel ist heute derjenige, der den Text schreibt und das Interview führt. Meist überlegt es sich schon im Vorhinein, wie der Beitrag am Ende aussehen soll. In gewisser Art ist ein Redakteur also wie ein Regisseur bei einem Film. Wir an der Kamera versuchen dann die Idee des Redakteurs, bildtechnisch möglichst schön umzusetzen. Die Kreativität eines Beitrags kommt also sowohl vom Kameramann, als auch vom Redakteur. Die Art und Weise, wie man ein Bild gestaltet, ist sehr vielfältig und generell gibt es unendlich viele Möglichkeiten, einen Moment festzuhalten. Oft sind wir aber auch ganz alleine unterwegs und dann für den Text, die Interviewfragen und das Film zuständig. Wir arbeiten dann als sogenannte VJs, also Videojournalisten. Kleine Nebeninfo. Keine Ahnung warum, aber wir werden immer wieder gefragt, ob wir filmen oder Fotos machen. Mal im Ernst, sieht diese Kamera so aus, als würde sie nur Fotos machen? Wie bei einem Fotografen sind natürlich nicht alle Aufnahmen verwendbar. Manchmal wackelt es da sehr, jemand läuft durchs Bild oder die Aufnahme ist unscharf. Auf einem Termin wie dem heute filmt Alex etwa 30 Minuten Rohmaterial. In den fertigen Beitrag schaffen es dann gerade mal 3 bis 4 Minuten und davon sind schon etwa 2 Minuten Teile aus dem Interview. Ach ja, das müssen wir ja auch noch machen. Nach dem Interview oder wie wir es sagen O-Ton, wäre jetzt doch noch kurz Zeit, was Cooles zu filmen. Oder Alex? Oder auch nicht. Stattdessen brauchen wir unbedingt noch schnell eine Außenaufnahme. Und besonders im Winter machen die uns am meisten Spaß. Während der Kameramann sich die Finger abfriert, nutzt der Redakteur klug die Zeit, um sich sein Mittagessen zu besorgen. Zusammenpacken und schnell zurück ins warme Studio. Zurück im Studio. Ratet mal, wer schleppen darf. Und ich gehe hinterher und schaue zu. Daran könnte ich mich direkt gewöhnen. Alex gönnt sich jetzt erstmal eine Pause, bis er weiter zum nächsten Termin muss. Für Manuel geht es jetzt aber erst richtig los. Nachdem der Text geschrieben ist, geht es ab zum Schneiden. Für einen normalen Beitrag, der in unserer Sendung läuft, braucht selbst der schnellste mindestens eine Stunde. Das heißt, wenn man das Texten und Schneiden wegrechnet, müssen wir spätestens um 16 Uhr wieder vom Dreh zurück sein, ansonsten wird es ziemlich eng. Was aber noch vor dem Schneiden passiert, das Vertonen. So wie meine Stimme, die ihr gerade hört, muss auch Manuel seinen Beitrag in unserer schalldichten Tonkabine aufnehmen. Noch im Januar erwarten Raubo und Riesinger eine Entscheidung. Fertig. So, jetzt nur noch rauslassen und um 18 Uhr läuft das Ganze dann in der Sendung. Und nicht vergessen, falls ihr es nicht schafft, unseren Beitrag zu sehen, dann schaut einfach mal bei YouTube vorbei, denn die meisten Beiträge werden da auch noch zusätzlich hochgeladen. und dann auch noch rauslassen. Dann scht's das Ganze dann auch